Okay, der Chat denkt doch teilweise, wir wären ESG mit Brücki. Oh, Nips zieht's durch. Na, das Inferno Spandau ist, das ist halt ein krasser Unterschied, Leute. Das ist halt ein krasser Unterschied. Das sind die Butzfrauen, jetzt hört auf zu diskutieren. Wir hätten es eigentlich eher auf Butzfrauen nennen können. Doch, Mutter damit. Jo. Das bedeutet, er hat keinen Job, das heißt, die Brücke... Eieieieiei, habt ihr das gerade gehört? Auf Evil ist die Brücke ruf, weil er keinen Job hat, weil er Free Agent ist. Ist was dran, ne? Ja, ist was dran. Eieieieiei, hat er so viel Damage! Alter, allein gegen drei, deswegen hast du so gelacht, Alter. Noch ein Eier. Ich ziehe die Schilde, das nächste Queue ist ready. 300 HP wieder, zack. Das hab ich gar nicht mitbekommen, Alter. Ich hab mit Chateau die Nips gemacht. Aber, sieht gut aus. Turm wird fokussiert. Das Inferno Spandau, Leute. Das Inferno Spandau ist hier dabei, den letzten Turret zu vernichten. 2 zu 19, sie haben die Inter komplett ihren Namen gerecht werden lassen. Oh, da gab's noch mal ne Kerne Explosion. Alter, Tristan, du hast ja am Ende noch geintelt. Habt ihr gesagt, glaubt, noch ein Tod, noch ein Team. Okay, kommt rein. Das war ein solides Game. Na, war natürlich ziemlich, ziemlich einseitig. Aber wir wollen ja auch, also ich muss noch dazu sagen, ein mögliches... Ja, ein bisschen anders, Alter. Hier meinte halt einer, warte, was seid ihr denn hier, warte? Nehmt euch mal die Regeln durch, dann wüsst ihr, dass viele E-Find spielen darf. Ist das jetzt schon direkt gegen die anderen hier, den Typen jetzt? Ja, ja, jetzt gegen Spin, ja. Okay, ich geh mal kurz pinkeln. Ich geh mal, ich geh mal einen Kaffee. Wir müssen halt komplett rein, Alter. Denken, dass das Tristan mit seinen Brüdern ist. Hä, aber, warum denken die nicht, dass es einfach die normalen Spieler sind? Wie gesagt, die ne Ja diesmal picken wir für uns selber Wir haben keine Wahl oder? Ja ja So Blueside jetzt können wir Ornn offen lassen Hast du es? Hast du es? Hast du ein Tor? Hast du ein Tor? Hast du ein Torbock und Segne? Ja 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 Freak one sec Ja 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 Okay Jungs sie sind da Seid ihr bereit? Ja Gibt es hier eigentlich schon irgendwelche Talks hier vor dem Game? Gibt es hier eigentlich sowas oder nicht? Talks? Ich meine ob man jetzt hier schonmal ein bisschen triggert Ne 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 ne, ich würde gar nicht schreiben ответ Okay, warte, 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 warte. Du musst mal außen, Oxiak, ne? Achso, ihr müsst alle nochmal. Warte, ich tue so signalisieren, wir sind voll die Vollnubs, wir wissen nicht, was Ausstellung bedeutet. Oh lol, sorry, switch nochmal, switch nochmal. Switch nochmal, switch nochmal. Alter, ich bin Bronze 1. That's the dream. So, wir haben... Äh, Noxiac fehlt noch, ne? Max ist neben mir und Sohn Fieber und jetzt weg mit den Behauptungen. Ich würde sagen, wir nennen Sartorius Max und Head of the Top, oder nicht? Ihr könnt mich auch Hanno nennen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Könnt mich auch Hanno nennen. Ja, nee, da denke ich nicht dran. Oder Handy. Warte, 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 wie soll ich das nennen? Hanno? Nein, dann Hop, oder? Ich kann auch einfach den Namen von seinem Champion sagen. Ich kann auch für seinen Champion sagen. Oder als Bluberverkauf. Nee, das ist das über Disrespecting halt. Ja. Nee, sag einfach Hop. Ja, ist mir egal. Hop-Sack reduziert halt gerne Menschen auf die Champions. Achso. Gut, Leute. Na ja, wir sind gut her. Ja, ich zeig euch kurz die Lobby, damit ihr natürlich den Trusted-Bomus habt. Plus, ich müsste sowieso kurz das einstellen. Ach, wir hätten uns natürlich auch einfach, also wir hätten auch auf die Aufstellung scheißen können und dann hätten wir Botlane-Gefirst-Pickt. Der hätte so funktioniert. Nee, das geht nicht, weil Maxim dann die Krise kriegt. Ja, ja, ja. Beim Spectaten ist das ein Scheißer. Wir können einfach hoffen, dass Ornn auf Nusser können wir Ornn picken. Ja, Ornn, vielleicht Ornn Tristana oder was? Wir haben wahrscheinlich Tristana-Bahn, weil ich eben mit Trist gespielt hab, oder? Ja, ich schreib mal, dass wir ready sind, ja? Hast du denn Zaya und Caitlyn jetzt? Nee, Caitlyn nicht, aber Zaya. Ezreal hast du? Äh, warte. Nee. Kannst du erst so... Nee, Ezreal ist nur nach Free Rotation, aber den Champion hab ich nicht. Okay, Leute. Abfahrt! Kannst du den denn picken? Wenn der Free Rotation ist, kannst du den picken, oder nicht? Ich weiß das nicht, ich glaub nicht, oder? Ich glaub nicht. Was war nicht? Ich glaub, dann machen Caitlyn das mal. Es geht nicht, es geht nicht. Okay, Caitlyn-Bahn, also. Auf jeden Fall, letzter Bahn sollte Galio sein. Ah, nee, der dritte Bahn muss auf jeden Fall Galio sein. Ich würd jetzt Maisa und Galio danach bannen. Seid ihr sicher, wenn wir Maisa so verbannen? Aber wenn wir Ezreal nicht picken, Ezreal ist ziemlich vocal, aber du sollten Ezreal auch nicht bannen. Für einen halben Fantasy? Dann halt Zola-Spiel. Du musst also entweder Ezreal und Galio, oder Galio und Zoe. Ha, ist die Bannenplanung hier? Nee, ich würd sagen, Ezreal auf jeden Fall, oder dann entweder Maisa oder Galio. Aber ich denke, Galio ist gar nicht so gut auf dem Patch. Ich denke, Maisa ist viel besser. Ich denke, Ezreal auf jeden Fall. Aber er hat wirklich in den letzten drei Wochen quasi nur Galio gespielt, ne? Bann halt Galio, scheiß Bann, Bann. Okay, ja, nochmal Galio. Und Maisa. Was würdest du gegen Galio spielen, Tristan? Du, halt einfach den Redman allein mit sowas wie einem Victor oder einem Lucien und einfach komplett erinnern. Das ist halt so geil, ich kenn alle Schwächen von den Jungs. Man, ohne Spaß, genauso war das, als ich UL nach UL gegangen bin. Die ersten waren die, als ich ihn geschehen habe. Das war so free, das war so free, Alter. Okay, die Bann-Essreal ist perfekt, jetzt kommen wir mit Malser-Bann. Ja. Du weißt halt, wie die Dane-Champ nicht mehr haben, ne? Du weißt halt, wie die reagieren, das ist richtig insane. Du weißt ja, Ezreal nicht mehr auf die... Nee, 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 nee. Malser? Malser? Ja, Bann, nur Malser. Seid ihr nicht sicher Zoe-Bann? Ich hätte lieber Zoe-Bann-Zoe gehabt. Ah ja, der Kutcher wollte Zoe, ich weiß nicht, was der Champ kann, ne? Gibt er Zoe überhaupt? Ja, ja, er hat vorhin Zoe gespielt im Stream, also er hat auch weiterspeisen, aber ja. Ich glaube, ich glaube, das werden die nicht machen, das ist den zu risky. Oh, der, das Support, ne? Ja, ich weiß schon. Zoe-Support, ja, ja, genau. Also die macht, die macht ziemlich viel Damage und ist so ein bisschen... Ja, die macht super viel Base-Danage. ...einander dort her springen, weißt du? Aber ich glaube, das trauen die sich nicht. Ah. Pick ich? Shen? Shen? Ähm. Tristana, Shen? Aber dann pickt er Trundle, ne? Wahrscheinlich. Was ist mit Tristana? Ja, aber wir können nicht toppen, Nox. Wir haben keine Chance. Na, Nox, ja, kannst du nicht Top-Laner? Äh, oder, oder... Oh, oh, oh. Ja, ich hab na... Na-los... Hoppy? Hoppy Renekton? Ja, dann pick Top-Lane, pick Top-Lane. Ich hab Shen. Shen, Shen. Okay. Okay, dann... Ja, okay, sorry. Ja, es ist fast schon. Ja, aber nachher, nachher. Better save them sorry, so bei dem Game. Honda-Type-Scheiße. Hahaha. Hahaha. Äh, als ihr... Sahar Rakan wäre auch noch... Aber ich bin die auch, ich bin auch Sahar Rakan, glaub ich. Wenn sie jetzt Jungle nicht picken, sollten wir als nächstes Niederle und Liban, glaub ich. Hahaha. Okay, never mind. Achso, Kutsch hat auch Support-Xerat gespielt. Hm. Könnte, könnte Support-Xerat sein, naja. Ja, wäre nicht schlecht auf jeden Fall, ja. Sollen wir Sahar Rakan picken jetzt? Hm, okay, äh... Nice, ja. Unlaken me, weil es ziemlich viel, also auf Niederle ist der halt schon echt gut. Also ich hab... ...nicht viele Jungler, ich hab Kha'Zix. Ja, ich kann Jungle picken. Können wir Sahar Rakan jetzt picken in einer Rotation, geht das? Habt ihr die Chumps? Äh, warte. Rakan hab ich. Ich hab Rakan, ich hab Rakan. Dann pick Rakan, Sahar. Okay. Okay. Dann pick Rakan. Ich pick Rakan, Sahar. Rakan, Sahar. Seid ihr sicher? Ja. Mit Ten brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Geld. Hast du Xen Jou oder Rek'Sai oder so? Ich nicht. Okay. Ich gucke. Dann müssen wir drauf achten. Ich hab Xen Jou. Wer, wer Jungle? Xen Jou hab ich, Rek'Sai hab ich nicht. Ja, aber Xen Jou ist fine. Wenn die D nicht bannen. Ja, aber ich hab nicht viele Midland Chimes auch, ne? Das ist halt der Bullshit. Hast du Ahri? Und zwar schauen. Äh... Ahri sieht schon sehr gut aus in dem Game. Nope, nope, nope hab ich nicht. Oh man. Ich hatte, ich hatte theoretisch Kha'Zix für den Jungle. Kha'Zix Master Yi. Ahri sieht schon sehr sehr gut aus. Irgendwas Mobiles hier in dem Game ist schon gut gegen die ganzen... Warwick hätte ich auch. Dodges, äh... Kasuddin Korki hab ich. Kasuddin noch nicht. Ähm... Ahri Lucien sieht sehr sehr gut aus schon jetzt hier. Okay. Ich glaube Nidalee ist echt ein Problem. Aber er kann mich hart, ähm, invaden. Also ich glaube, das würde auch machen. Hm. Wann... Was für Champs spielst du noch im Jungle? Hm. Hm, Gragas, äh, Reksal, Elise. Gragas hab ich auch nicht. Und Reksal, Reksal ist gut und schön. Reksal können wir probieren, ne? Reksal ist echt nice. Aber ich hab... Dann muss ich ja Mitte picken. Und Mitte hab ich, äh... Du könntest Botlaner-Gang, äh, bannen. Was spielt Johnny? So was spielt Johnny noch. Johnny hat gepickt. Bann-Mitlaner. Bann-Mitlaner. Hä? Ne? Xerath? Xerath. Der Ressort abort. Achso. Dann Anivia. Und Kasadin. Anivia. 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 Nice. Kassadin. 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 Ich kann aber Power of Evil nicht, Ari oder Lucian picken. Kann ich nicht mit Noxia, ne scheiße ja er hat recht Also ich hab nicht viele champions ne Also ich muss mit Noxia swappen Wir können natürlich auch fragen ob wir Dingens und können nochmal lieven und dann weißt du Noxia hast du Rek'Sai? Ne Scheiße, weil die haben Xenjo gebannt Können wir nicht einfach sagen dass mein Pick Rek'Sai ist? Und wir swappen dann? Geh nochmal neu rein Ok, äh Wie das? Ja An wen sag ich das? Ja, gute Frage Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal bitte So lange es geht Ich guck mal ob ich einen von Wir haben null Tanks Jax Also ich würd schon sagen, dass Arie glaube ich ein ganz guter Pick ist Soll ich, ich pick mal irgendwas abfälliges, der Annie Ja ja, ihr könnt irgendwas picken und wir sagen was das ist Wenn die Morgana sonst zu picken Ich glaub nicht dass Morgana gut gegen Arie ist Du pick ruhig Arie Äh, wir können was picken, was es nicht ist Ich pick jetzt Anni Achso picker Arie Wer ist Annie? Wer ist Annie? Ne welcher Champ ist das? Rek'Sai 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 Okay, ja. Rexha-Ari ist so gut kombo, oder wie? Junge, Rexha wird komplett geraped von Nidalee, aber ist okay. Und Ari? Ari, wie ich bin hier blind pick, aber ich glaube, das ist an sich super gut gegen alle deren Helden. Die können Oriana picken, die können Sünder picken, ist alles okay. Ist alles gut, ist alles okay. Das einzige, was hart wäre, wäre Ryze, aber ich glaube, das ist hart zu machen. An Oriana-Ari, oder? Ich glaube, nur Ryze wäre ein Problem, aber ich glaube, auch da kann man es eigentlich easy überleben. Johnny antwortet nicht, aber ich habe es ihm geschrieben. Also in-game. Hast du den auf der Liste mit dem Account, oder was? Jajaja, der hat anscheinend ein paar Stuffies. Dabgro, kann ich open die Tür? Hier ist der, kann ich open. Okay, ähm, wer liebt? Der letzte, der letzte, der letzte Pick. Achso. Dox, du musst lieben. Dox, du musst lieben. Du musst lieben, Sekunde. Ja, das ist Morgana bei denen. Das bedeutet, ich gehe, ich gehe, TP. Du müsst eigentlich die Priority bekommen. Was? Was ist denn das für eine Nummer vor dem Dingens? Okay. Jetzt pickt einfach euren Kram. Wann einfach random. Wann ich Ari-Bann, ne? Ich Ari-Bann. Ja. Einige haben geschrieben, ist vielleicht, also Brüiki. Wann sind ziemlich easy Gangs-Bruik, ey? Die alle sind die Coaching, stimmt, DSG. Aber sie sind nicht mittlerweile fertig. Das hatten wir Zahiraka, ne? Ja. Weil die haben jetzt extrem viel Poker Xerath raus, das ist mir eh klar. Ich bin auch mit Press-T-Attack, oder? Ja. Wannst du, sicher? Wenn du es eventuell so zu Applied-Footwork benutzen. Einfach nur, damit du dir über die Lane überlebst. Was? Was benutzen? Ich bin gegen Poker, ne? Ich bin gegen Varus-Xerath. Ja, das wäre ich. Du sollst auf jeden Fall Doran Shield starten. Ja, auf jeden Fall Doran Shield will ich starten, naja. Der kann auch gegen Footwork gehen, ja, ja. Also Press-T-Attack ist halt geil, aber ich glaube, wenn jetzt Raxx jetzt sowieso Press-T-Attack geht, dann reicht ja eigentlich eins. Oder was gehst du, Max? Hör sich gut an. Hör sich gut an. Also, hopp. Ich? Hanno, was gehst du, Hanno? Äh, ich geh Rek'Sai. Ne, ich meine, welchen Mastery? Press-T-Attack? Äh, warte. Äh, b-b-b-b-b-b-b. Könnte auch Tanki gehen eigentlich, aber Press-T-Attack ist auch nice. Okay, äh, ich muss die kurz machen, aber geht schnell. Eigentlich hatte ich die vorhin eingestellt, aber okay. Dann pick mal langsam. Äh, ich nehm das einfach von Bruxa. Wobei, der geht, der geht nicht Tanki. Du musst legpicken. Ja, ja, ich hab ja, ich hab ja alle Zeit der Welt. Ähm, Gilius, der geht auch Tanki, sehr schön. Ähm, der geht Precision. Aber welche Precision? Precision ist nur der Mastery Tree. Ja, ja, Sekunde. Ja, Press-T-Attack halt, oder nicht? Press-T-Attack, genau. Triumph, äh, Alacrity, oder wie er es heißt? Ja, mach einfach, mach einfach das. Okay. Und dann halt Resolve, ansonsten dann noch Iron Skin und Revitalized. Der hat einfach, der hat einfach nicht mal einen... Wir haben extrem viel AP-Damage. Ja, Varus auch, Varus auch, Xerath. Ja, die haben fast nur AP-Damage. Wir müssen einfach noch Magieräse kochen. Mercs, Mercs sind durch die Beste. Ne, was hab ich hier? Ja, Mercs, Spirit Visage. Ähm. Was, was ist noch gut? Achso, hier, äh. Gargoyles, oder? Hex-Rinker, echt? Du bauen Boxen, sowas gut. Ja, wobei, Hex-Rinker nicht, ne, ich geh lieber auf, äh, was ich weiß. Ich hätte noch, ich hätte noch fürs nächste Match eine Passive-Card. Die geb ich dann schon Tau, oder? Weil der hat ja kaum was. Für Midlaner, sagst du? Midlan-Champ? Ja. Ja, oder Top-Lane-Champs, oder Jungler. Ja, oder was? Wir sollten Level 6 für jeden Fall die ganze Zeit Bot-Lane-Plays machen. Ja, wenn du das auch kannst. In Level 6 haben wir Easy-Kills auf Morgana mit der Shen-Ultimate, also der kann eigentlich keine, die kann das eigentlich nicht dortchen, Max. Aber wir sollten nicht Morgana kennen, wir sollten Xerath-Barros kennen. Wer Free-Kills und Xerath-Barros gibt es zum Beispiel mit Arya-Ultimates und Rakan. Ja. Was kriegst du in Secondary, äh, Noxia? Krieg Domination mit Taste of Blood, oder was geh ich da, als AD-Carry? Ähm, kann Taste of Blood. Zombie-Ward, glaub ich, gehen, das ist schlecht. Ah, okay, okay. Zombie-Ward auf AD-Carry, sicher. Aber kann man überall gehen, das ist immer broken. Ähm. Also ich geh die Bible-Collection als Arya, muss ich sagen. Ich überlege sogar, ob ich gar nicht Hydra gehe, sondern einfach echt nur Full-Tank. Ja, das glaub ich's gut, Tank zu gehen. Ja, d'accord. Naja, eine Hydra kann man dazwischen schieben, aber... Ich würde halt Zinder halt nehmen, ähm, dann vielleicht Warmox, dann Spirit-Visage, oder was gerade ein gutes M-A-Item. Oh, ich glaub, Spirit-Visage, oder... Ja, was ist denn mit... Ah, wobei, gegen die, ich... Ähm... Ich muss mal überlegen, ob ich Clean-Ecklenz mitnehmen sollte. Warmox, sind nur High-Speed-Visage, Warmox, vielleicht ein Tier-Amarter dazwischen, irgendwie. Tier-Amarter ist eine Schlecht-Tür, eigentlich so. Ja, stimmt. Jungs, Kocki oder nicht Kocki? Wenn du Head bist... Was, Kocki oder nicht Kocki? Du willst mit T-P-Shirt, hast du gesagt, oder? End-Zo-Ignite. Achso, End-Zo-Ignite. Was ist es mit Adaptive Helm gegen deren Team? End-Zo-Ignite, oder? End-Zo-Ignite, oder? Rage-Blade, Rage-Blade. Ich hab' ihn nicht. Ich hab' ihn nicht. Ja, Tristan, Tristan muss Carrying. Aber ich glaub', also, kann halt sein, dass Johnny einfach die ganze Zeit nur farmt, also... Alles gut, also die einzige Wind-Condition, die wir momentan haben, ist Level 3, Level 4, Morgana kriegt Priority, Midlane, sie wählen dich, Max, also Hennblatt, und die niederli-Wreck dich, quasi im 1 gegen 1, weil ich da eventuell nicht folgen kann. Das heißt, wir müssen bis Level 6 versuchen, ein bisschen defensiv zu spielen, ein bisschen zu farmen, überleben. Ab Level 6 haben wir einfach viel bessere Ultimates auf fast jedem Charakter von uns. Denn Argo, Beide Superior über deren Gegnerparts, genauso wie Botline. Das heißt, nur die Laning-Face bis Level 6 wird hart für jeden von uns. Wir müssen halt aufpassen, die können nicht halt auch Bot-Set invaden, weil die Bot dann auch Pressure haben und... Ja, deswegen, du musst richtig aufpassen, Hanno, dass die dich nicht die Laning-Set im Jungle ficken. Ja, wär' gut, wenn irgendwer auch ein Jungle-Eingang geworden könnte. Ja. Ähm... Aber das Gute ist, bin ich ziemlich kacke im Early. Hm. Alles gut. Puh. Du solltest Topside starten, ich kann dir einen guten Licht geben. Okay. Soll ich für W-Cheese Level 1 skinn oder Q für Gegen-Push? Ox. Wenn der Topside start ist, kommen wir W-Cheese Level 1 skinn oder nicht? Ja, 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 kann man machen, okay. Aber wann wird der Jax im Super-Cheese gewinnen? Level 6? Oder noch später erst? Wenn der Schien hat. Also, Schien doch, ja. So, Leute, jetzt wir kommen zu Die Rache, Part 1. Defty, Defty Eingänge. Direkt. Also, hier Supporter oder All-D-Carry einer. Ich geh, ich geh, ich geh hin. Careful Level 1, tschüss. Ja. Wir haben beiden Ding und Xeraph's dann, die haben instant, die haben richtig kranken Engage. Das heißt, ich muss richtig aufpassen Level 1. Ja. Ich hab auch Doppelkomet-Botlane, ne? Ah, die reden hier schon eventuell. Auch unten schon Botside. Fäll dich dann hier so hin, genau. Pass, 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 pass. Die können auch hier rüber warden und dann... Ja, das ist im Fall, ich hab, ich hab mir einen Sump. Okay. Sag mal, wenn irgendwas kommt, ich muss grad was anderes einstellen. Umstellen. Aber, äh, denkt dran, wir sollten Botlane abusen. Wenn Sola tiltet, geht das aufs ganze Team über. Also, das ist auch recht so. Dann, dann tiltet Kevin und... Es wär halt nice, wenn du echt Johnny ein-, zweimal killst. Weil dann ist das Game komplett vorbei. Der macht dann nämlich keine Calls mehr. Kannst du unterkommen schon, Thomas? Was, 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 was? Komm runter, komm runter. Können wir hinschießen. Der ist dann halt einfach leise. Warte, 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 komm mit mir noch kurz. Wir wollen noch... Oh, ne, 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 sorry, my bad. Geh einfach da. Ich werd mittlerein pushen und versuchen, einen der Buffs zu wonnen. Damit wir wissen, wo die Nierly startet. Alter, Sartorius, hast du nen Skin, ey. Der startet cool, so wie sich war. Oh, die sind hier. Die haben uns gesehen, glaub ich. Ja. Die Morgana pullt anscheinend. Ja, wahrscheinlich bei den Raptoren, oder? Es kann auch sein, dass die bei meinem Red Buff vielleicht sind, ja. Du kannst Level 1 allein gehen, okay? Wieso hab ich grad... Du hast W, oder? Ja, die haben wahrscheinlich deinen Red Buff gemacht, oder so. Okay, dann geh ich aber zum Gegner schon Red Buff, oder? Äh, ich glaub, du brauchst den nicht. Ich glaub, du brauchst den nicht. Ich glaub, du brauchst den Red Buff nicht. Ich kann auch nach dem Gromp erstmal die Krabbe machen. Vielleicht ist das gar nicht mal schlecht. Lass sie einfach pushen, du kannst nicht. Zubi du mit uns. Am Tower kommen wir gleich reingehen. Ja, ja, ja. Okay, ich geh mal für die... Ach nee, Krabbe ist ja noch gar nicht da. Hat der Varus Q da eh? Wo hat der Gegner Schunger gestartet? Wo ist er? Ähm, wahrscheinlich bei meinem Red. Okay. Okay. Hoppe ist gechunked. Kommt vielleicht double 2 Q gehen nochmal ein bisschen. Hoppe ist denn? Okay, Raptoren sind noch da. Äh, Red Au. Okay. Top-Nor TP. Was hat die Morgana gemacht? Die hat wahrscheinlich bei den Raptoren geholfen. Kann das sein? Die kam ja von hier. Die kam ja von hier. Na, wo Xerath? 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 Top-Nor TP. Ach, was ist das? Varus? Varus? Ja, aber nicht zu deep, nicht zu deep. Ist das halt? Xerath kein Flash, okay? Wir können Xerath richtig easy ganken, wenn du von hinten kommst irgendwie. Wenn du... Achtung, Morgana, Morgana ist ja hier runtergegangen. Nein, nein, die sind jetzt hier. Okay, okay, okay. Ah, sorry. Ich bin übel paranoia, was zu Niederlei geht. Alles gut, ich glaube das. Wenn ihr Vision auf Niederlei kriegt, ist richtig gut. Wollt auch ein bisschen Nieder. Kannst die Körper so trash machen? Nein, ich glaube Niederlei wäre hier. Die hat doch gerade die Stingens genommen. Diese Pflanze, noch. Die war top? Nein, botzler. Hat sie echt die Pflanze genommen? Dann gehe ich jetzt topzeit für die Krabbe. Ich hab was von Niederlei gesehen. Okay. Ich hab was von Niederlei gesehen. Sie ist beim Red, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich mach hier ein Deport hin. Pass auf, komm von unten. Wollt ihr's Wulste-Scounter ganken oder wollen wir's nicht machen? Ich könnte mit Lank gangen, aber... Mit Raka? Top hat kein Flash. Du kannst mit Romare machen. Okay, soll ich Mitte gangen? Ich lauf ganz außen rum. Okay, ich komm, ich komm. Ich bin hinter den, ich bin hinter den. Ich bin auch hinter den. Hapin? Was ist er? Ich bin da, ich bin da. Ah, Johnny, mir tut's dir nicht leid, muss ich sagen. Nach dem heutigen Kommentar, ja. Also, ich spring da rüber. Ich komm, ich kann mir helfen. Jeder Flash, wir müssen rausflaschen einfach. Ansonsten ist es richtig wert für mich. Die kann mich, glaub ich, eventuell noch Flash killen. Ja, jetzt tilte Johnny. Jetzt musst du dranbleiben. Okay, ich komm mit der Wortsch, pass auf. Pass. Gut, ja, wenn du übernimmst. So, dann lock mich, ich hoffe, der saß. Äh, ich mein's die Krabbe. Gut. Und dann könnte ich vielleicht Top kommen. Top hat kein Flash. Aber ist halt, oh nice. Hier, hier ist gewordert, hier ist gewordert. Okay. Äh, oh scheiße, die Krabbe läuft nach oben. Ach, ich fette Wave, ne? Bin ich so erregt. Also, dass du, äh, solltraum. Morgana, Autority und Tempo, das heißt, du kannst zuerst den River move in oder roam nach der Wave. Okay, Niederleesieren. Niederleesieren, Niederleesieren, Niederleesieren. Nach der Krabbe musst du dich zuziehen. Ja, 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 ja. Kannst du das machen, der macht Raptors gerade die Niederlees. Unlucky me, da willst du, da willst du meinen Red, ey. Aber lass ich nicht zu. Aber ich glaub, die Wafer versucht. Äh, ich geh nach dem Groundback und hole mir Tiamat. Okay. Es sei denn, obwohl ich kann auch, das Problem ist halt, Niederle war grad topside. Wir, wir, wir gewinnen 2 gegen 2. Ja, okay. Weil sie mich gank wollen. Auf jeden Fall. Die Niederleesieren auch keinen Flash mehr. Ich bin aus Welsen. Wann geflasht, Niederlees. Äh, ich komm über die Lane. Ja, ich kann flashstecken. Okay, das ist gut. Raus ist 5. Der geht grad oben worden, oder? Ne, Moment. Wenn der so Passiv spielt, kannst du einfach Recon in der Lane. Falls ich nicht gank würde. Wann musst du Level 6 machen? Ah, ich glaub du aus Welsen. Das ist Eker after Poker, ja. Ich bin mal Level 6. Ich brauch, äh, 4 Minions, okay? Also, bei der nächsten Wave. Okay. Ich glaub, du kannst Recon. Der spielt zu Passiv. Sorry. Ah, die Wave nehme ich noch. Macht nichts. Oh, sorry. Ich kann Level 6. Du musst gleich shield, okay? Du wolltest gleich bocken. Äh, ich hab gleich noch Fleetful Guard. Bot-Lane. Wie nutzen wir unsere Holtik? Oder größer. Ich kann jetzt Bot-Lane kommen. Was, wenn wir Bot-Lane dann... Ich brauch einen Minion, damit ich Level 6. Dann engage ich aber auf sie, okay? Xerath hat keinen Flash. Okay, aber wir können noch Bot-Lane vorbereiten, weil... Ich mein, das ist immer noch hier Dingsdrache. Feuerdache. Ja. Dann können wir Bot-Lane Play machen und dann einen Drachen holen. Wir sollten, wenn du Bot-Lane gangst, kannst du Xerath-Lash killen, aber ich glaub, die haben Mord hier. Ich hab keinen Flash-Up. Den brauch ich für Johnny. Pass auf. Äh, kann ich vorher noch die Cracks machen? Ich kann Bot-Lane roam, weil... Ja, das ist gut. Das ist gut, das ist perfekt. Ich glaub, das ist besser, ja. Hier ist ein Nilali. Nilali bei mir. Ich move, ich move. Ja, geht drauf, geht drauf, geht drauf, geht drauf. Ich kann gecancelt werden. Ich kann gerade nicht ulten. Ich kann nicht ulten. Pass auf, pass auf, pass auf. Wie lange noch? Kannst du noch nicht ulten? Nilali? Kannst du rein? Ja, naja. Das Problem, ich bin ziemlich low. Ich bin auch sehr, sehr lau. Wir dürfen nicht so weit. Wir müssen irgendwie bestes Bot gehen. Oh, die Bot-Tens ist ja auch... Nein, ich geh weg, ich geh weg. Der Nilali ist noch da. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp. Ich komm mal in den Hubbot-Chall. Ich kann, ich kann, ich kann. Ich kann, ich kann, ich kann. Ich kann, ich kann. Ich kann, ich kann. Ich kann, ich kann. Wenn der jetzt stirbt, dann ist das Game vorbei. Nimm keinen, nimm keinen, nimm keinen. Okay. Hier unten war noch nie da. Und da unten war noch nie da. Der Junge ist so getiltet, ey. Glaubt mir. Der redet nicht mehr. Der ist komplett, der ist vorbei. Die können einpacken, Alter. Der hat auch noch Stopwatch, der hat auch noch Stopwatch. Der war aus. Ja. Das war gut. Ne, ne, gut. Die Bot-Ten ist jetzt bei, sie könnten nicht stoppen. Blubuff, 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 Blubuff. Ja, ich komm mal. Max, hast du gehört? Die Bot-Ten könnte Top gehen. Du weißt nicht, wir sollten. Okay, okay. Wir sehen, ne, 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 ne. Stoppen nicht. Okay. Wir sollten jetzt versuchen, nochmal Bot-Ten zu romen. Du musst reseten, ne? Was denkst? Äh... Hab ich. Wenn du jetzt resetst, dann Bot-Ten roams, wir dekillen, dann können wir den Fire-Drag den Bot-Ten nehmen vielleicht. Nächste Stunde wird es sich noch höher auf Bot-Ten nutzen. Dann hol ich mir jetzt die Schuhe, würd ich sagen. Bin ich schneller wieder da. Ich hab Ulti... So, wenn Ulti hab, schon muss es machen. Ich sag noch vieler Flash-Up. Ja. Wir brauchen nur mein Ulti und schon Ulti. Okay, okay. Wir haben keine schon Ulti. Wir haben keine schon Ulti. Aber wir können trotzdem ganken. Wir können diesen Suscish... Ich hab TP in 1 Minute. Jax hat TP'ed vor 1 Minute. Kann ich zum Red-Buff gehen? Danach starten wir wieder was Bot. Geht das? Soll ich pinken? Ja. Ja, ist okay. Oh, lol. Ne, hab ich nicht. Fuck, ich dachte ich hätt nur einen. Der Blubuff von dem ist ab. Eine Pink-Ulti wäre auch mal gut. Ich pink hier, ich pink hier. Ah, ich hab grad nicht Trail gepinkt, sondern da oben. Nidale ist hier, wir sehen ihn. Ah, nice. Pass auf. Ich komm wieder Bot. Botlands am Fighten. Raus ultet. Hup, hup, ja. Ich kann keins sein. Dann fein. Raus noch kein Ult. Und raus noch kein Ulti. Ne, Morgana? Hat Waraus geflasht? Ne, 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 ne. Und Nidale ist hier bis aufpassen. Okay, ich komm Bot-Lane. Fuck. Ähm, ich kann da hinkommen. Ist er gewarded? Im Try? Ähm, könnte sein. Ne, ne, ne. Die waren nicht in Range. Okay, weil Nidalee wird mich jetzt hier vielleicht facechecken. Ah, sie geht auf die Krabbe. Ist die schon draufgejammt? Ja, sie ist auf die Krabbe. Ich kann kommen, ich kann kommen. Okay, go. Ich hab TP. Geht drauf auf sie, geh auf sie, ja. Nice. Hier, hier, Nidalee, Nidalee. Ist so easy das Game, Junge. Zur Seite. Ich freeze, ne? Ich freeze. Okay, Morgana, komm. Wollen wir Drache jetzt machen? Nidalee ist tot. Ja, die haben die Krabbe, die haben die Krabbe. Okay, push, ich push. Push Bot und wir können... Können wir vielleicht Diven, Tristan? Kannst du Bot move, ich hab Ulti. Ja, aber ich hab keine Ulti, ist okay? Ja, ist okay. Varus ist richtig low. Beide DPs sind ab, top. Und er hat keinen Heal. Varus hat keinen Heal. Ich glaube wir können fangen, lass Jack anfangen. Lass Jack anfangen, ist okay. Aber die haben die Krabbe, ne? Ne, ist egal. Egal. Ich wart hier rüber. Ja, ich komm schon vorbekommen. Okay. Das ist ja. Stop, guys. Warum? Warum? Varus hat schon nicht Base. Ja, aber der ist wieder. Ja, aber der ist wieder. Ich glaube wir 30 Sekunden in Ulti, okay? Du musst basen, oder? Ja, ich geh base, ich base. 100. Was? Midland, guck mal Midland. Ich könnte gestoppt werden. Ich könnte gestoppt werden. Oh, Varus zählt, wir können zählen, wir können zählen. Ich kann noch noch Bondlane. Was der für gewartet ist, ehrlich gesagt. Liga. Der hat keine Ultiierten mehr. 20 Sekunden für meinen Ulti. Ja. Raus sieht kein Heal. Xerath hat keinen Flash. Nein! Die Brücke, Johnny! Es kommt die Brücke, Junge! Nimm den Strick mit! Der hat keinen Flash. Der hat keinen Flash. Es ist voll dumm, dass du die ganze Zeit am Hextech flashen, ob der Flash hat oder nicht. Ich würde Topside junglen und dann können wir da was machen, oder? Das ist gewartet, doch. Ja, ja, aber ich bin ja Rexty. Okay. Wir können doch vielleicht Harrow machen. Können wir die Wonshotten? Keine Sammler ist auf der Morgana, ja. Ich glaube, wir können die Wonshotten. Ja, ja, können wir, können wir. Ja. Ich habe genug der Match. Aber wenn du von hinten kommst, können wir den wahrscheinlich können. Okay. Ähm, ja, dann komme ich jetzt von hinten. Wie ist der Niederleben im Spiel? So, er hat keinen E. Okay, Varus, Varus, Varus. Ich habe Ult, in case. Niederlebot, Niederlebot. Niederlebot! Dann gehe ich jetzt hinten rum. Raus. Guck mal, mitlein. Komm mitlein, komm mitlein. Vertrau mir, vertrau mir, komm mitlein. Okay. Soll ich hinten rum? Ja, komm hinten rum und dann komm einfach. Jetzt der Botter, bitte Daumerserschen. Geht drauf, geht drauf. Guck vor Stand Ultimate. Guck vor Stand Ultimate. Wie hat der? Nee, da muss drauf. Da muss drauf. Komm, what then? Nee, ne? Das ist dann, wenn ihr mit dem Push-Trop kommen könnt, ist richtig gut. Ja, wir holen hier den T2. Ja, ihr habt da schon mit. Das passt doch alles. Das ist doch gut. Okay, aber ich habe keine Ult. Reicht das? Ist das okay? Ja, drei Mann, easy. Wir haben noch Ultime auf Rekseis. Das heißt, am besten Rekseis fängt an zu tanken. Kommt dann her. Also wechselt du fängst an zu tanken, dann Ult ist du einfach, um das zu resetten. Ja, das ist totes Passiv. Warte, ich krieg gleich noch Torn drauf. Nee, ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Okay, ist fine. Ja, tut mir leid, Kevin Mann. Top, äh, botlane wird toplane kommen gleich. Ja. Die haben keine Ult. Die haben keine Ult. Naja. Lass traden. Die sind gerade aus der Base rausgelaufen. Ja, ich trade away. Die können gleich hier sein jetzt. Ah, den Tower kriegen wir nicht, wa? Nein, nein, nein. Warte dafür greeden. Die wird eine Klasse da sein. Ganz einfach weiter schauen, das ist gut. Okay. Warte spä, richtig gut. Good job. Okay, hier ist kein bot mehr. Hier ist kein bot mehr. Ich hole mal die Krabbe. Okay, die swappen. Wir traden. Ich habe ult, okay? Ja, wir traden. Ja, wir traden. Wir können ult. Ist das die Feder Jax? Der fährt ja runter? Ja, da sind wir da. Wir können ult. Ja, ich geh kurz back, ja? Ja. Okay, die sind jetzt schon top lane. Oh, ich werde engage mit land. Maybe Paul schwein ult. Jawohl. Ich habe keine, ich kann die Lash helfen. Okay, nein, nein. My bad. Ist okay, können wir noch chasen? Da wird die Niederlage top sein. Ja, nee, nee, und Kevin könnte da auch sein. Ne, Kevin ist bot. Kevin ist bot. So, ich habe geentet. Der geht auch nicht rauf und dann. Wir müssen vielleicht, wir können die bot lane mit, mit lane move'n. Nein, 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 nein. Wir können den top flash hier nehmen. Einfach top. Der wird mich engage. Wir engagieren. Wir müssen nicht zusammenstehen. Ich geh auf Sola. Ja. Ah, Kucha ist ja auch okay. Hast du taunt? Du weißt. Uff, ich hatte kurzen Angst. Wir können einen Tau jetzt nehmen. Nächster, ich komme mitnehmen. My bad, sorry. Ja, ja, ist fine. Ich meine, heute war auch bad. Top lane einfach nicht sterben, okay? Wir kriegen eine bot. Ja, ja, fine. Du musst auch passen, Reksa. Die kannst du, glaube ich, nicht verteidigen. Ja, ich sehe es gerade. Aber wir können uns die eventuell snacken, wenn die weiter pushen. Denken wir die? Wir müssen weiter pushen, oder? Ich glaube, wir müssen weiter pushen. Dann können wir die auch weiter pushen. Dann können wir die snacken, wenn die weiter pushen. Pass auf, Max, okay? Ja, ja. Hier ist die Nidalee. Ja. Wir können die eventuell so. Wir können mitzutaten. Lass mitzutaten. Lass mitzutaten. Ja, wir haben eine Waffe. Ich bin da. Wir können auf die Top lane. Wir können auf die Nidalee. Und auf die Morgana. Morgana und Nidalee kommen mit. Morgana und Nidalee kommen mit. Morgana und Nidalee kommen mit. Die kommen mit. Hier kommt locker Kucha lang. Ja, ja, ja. Nimm die Tor. Nimm die Tor einfach. Okay, okay. Oh, fuck. Tau, 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 Tau. Ich muss raus. Ich muss raus. Ja, ich hab den Kucha noch. Ich rein. Oh, hier ist ein Nidalee. Ich kann dir nicht helfen. Kannst du den Schuhne nehmen und abhauen? Nee. Ich hab ihn getauntet. Killei, Junge! BAM! Ihr seid in 10, Leute. Ich kann dir nicht helfen. Scheiße, ich wurde grad weg. Was? Ja, easy. Wir haben das. Die Fender, die Fender. Die Fender, die Fender. Okay, nice. What up. Alter, die Ult. Deine Ulti war richtig sick. Das du das echt noch überlebt hast. Direkt getauntet. Okay, ich geh jetzt auf full M.A. einfach. Aber Morgana ist auch hier hinten. Ja. Ja, Jackson und Nidalee kommen zu dir. Morgana, die Mugen sind zu dir interessant. Pass auf. Ich bin, glaub ich, fein. Okay. Wir pushen jetzt. Nächstes Projekt ist das, okay? Ja, Harald und das. Alter, ich hab den Mid-Tower bekommen. Hab ich hier mitbekommen. Das resetten. Ja. Ganz einfach vom Bot zu Top junglen, Max. Ja. Das playtert Varus und Zwift des Boots. Sola hat keinen Flash. Hatte ihn vor 30 Sekunden ungefähr. Alter. Ich gern mir das. Ich bin hier. Alter, du hast hier drei Viertel abgezogen, ey. Bist du denn mit oder was? Und rotier dann Top oder wie? Ich bin AFK. Ich farm meinen Jungle. Ja. Ja. Die nächste Wave und dann rotierst du Top. Nidalee Botzeit. Ja, ich... Hütter ab. Slot für den Pink. 40 Sekunden für meine Ult. Ich habe aber TP. Hakan und ich sollten als Person mehr Blaze zu haben. Wir können eigentlich alle killen. Nidalee hier? Ja, nidalee ich. Ach, ich lass den Fire-Dweck, Tristan. Wir müssen Tor Ace abnehmen und dann Fire-Dweck. Ja, aber lass halt mal Top-Tower spielen. Er hat ihn, er hat ihn. Ja, wir haben den Top-Tower schon. Okay, okay, okay. Wir konnten immer noch Fire-Dweck contesten, easy. Wir sollten stärkere Fights haben. Viel stärker. Ja. Jack, stop. Jack ist kein TP. Wann haben wir? Ja, dann haben wir Schen-Ultimate. 20 Sekunden. Ja, das reicht doch nicht. Kannst du den Drake empfehlen? Waus kann hier sein. Ja, du? Wir sehen Waus. Hier sind nur zwei Top-Tower. Wir sind Wads. Ich falsch drauf, ne? Ja, wir haben das mit. Noch was? Nice. Nice. Wolltest du mit fallen? Wollen wir hier ein Geldchen? Hm... Jacks kann Flash. Wir können auch bitte pushen uns dazu. Wir können auch den Drake einfach machen. Ja, genau. Bitte. Eine mehr. Eine mehr. Die kommen hoch. Wir haben sie. Können die Mittler pushen einfach und bot einen. Wir haben sie gesagt. Die kommen hoch zu dir. Ja, 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 wir gehen einfach zum Drachen, ne? Das wird gehen, das wird gehen. Ja, und dann Drake. Ja, das wird gehen. So, jetzt Circus Musik einblenden. Ja, aber erst wenn sie auf mich jumpen. Ja, ja. Auf auf den Tower. Ja, ist doch mein Bad. Ich hätte... Ich glaube ich... Wir kriegen den Drake dann noch. Den Drake dann noch, okay? Ich hab noch meine Kugel durch, aber... Scheiße! Es sind zu viele. Ja, ich muss den Drake jetzt mal haben. Drake, Drake, Drake. Ah. Der will erzählt, Max. Ich liebe dich. Bist du greedy, Trussan? Was heißt greedy? Ich kam nicht raus. Ich hab schon vor 10 Minuten gesagt, lass dich sterben. Ja. Ich sag schon vor 10 Minuten, lass dich sterber sterben. Bist du greedy. Bist aber zu greedy. Bist aber zu greedy. Fine. Es ist Lafality, Varus. WTF? Oh, Leute. 100%. Warum ist das Infinity, Varus? Weil es Zola ist. Ne, Luzi. Wir können auch noch auf den Kugeln gleich machen. Echt? Das ist neu? Ja. Okay. Ich hab jetzt Pings. Hier top, hier top. Du gehst zu Mitte. Schöne Aufnahme grad. Wir können auf der Halt spielen. Absolut. Ich hab keine Ult, okay? Der Varus hat auch Swifty Boots, deswegen irgendwie gar nichts gegen unsere kommt. Wir haben nicht so viele Slows. Ja, wir haben halt gar keine Slows, oder? Ne, wir haben auch keinen Slows. Doch, Red Buff. Warst du mit Gargoyles? Wenn ich mir Gargoyles hole? Ne, ist zu early, ist zu early. Okay, dann Spirit Visage, ja? Ja. Ah, Adaptive Firm ist gut. Obwohl? Ne, 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 ne. Dieses, was hast du da vorkommen? Nein, das ist kein Red Spirit Visage. Ja, das hat ein Spirit Visage. Ja, hol ich mir. Ja, ich bin richtig gut im Game. Ich könnte sogar Tearmat ausbauen, eventuell. Ja, okay. Das ist greedy. Ich glaube, es ist greedy, weil wir brauchen jemanden, der den Barrel haben kann. Ja, okay. Mein war tanky, mein war tanky. Ja, ja, ja. Ich merk schon, es sind Pinkworts. Was ist mit Herald? Wir sollten noch ein Herald spielen. Die Gruppenmütze? Ich hab ne P, ich hab keine Hold. Ich hab Flash. Ne, alle Bot-Seite? Warte, ich pushe lieber Top-Name, Alter. Ja, die wollen mich sniden, die wollen mich voll immer sniden, Alter. Ich glaube, die sind hier links drin. Ah, der hat hier Vision irgendwo. Turm in den Top-Name-Turm erstmal, dann schauen wir mal weiter. Ey, Niederle ist jetzt. Ja, siehst ja, ne? Ich wollte die Mitte. Ich wollte die Mitte. Dexacom Top. Okay. Bisschen Vision aufbauen, Top-Name, ist sehr gut. Ich hab noch Pink, ich hab noch Pink für hier oben irgendwo. Ich brauchte eine Wort hier ungefähr, dann kann ich alles machen, was ich will. Ich geh hier rein. Wir haben Numbers, wir haben Numbers Top, wir können switchen. Ich cover-Mens, ich cover-Mens. Ja, wir können den Top-Name-Turm nehmen. Meint ihr? Auf der Vape, ja. Let's go. Ja, ja, ich bin auch da. Dex ist gut. Einfach den Tower nehmen, wir wollen entscheiden. Der hat noch Weining. Der hat noch Weining, ja noch Weining. Fuck, bullshit. Bork ist real. Aber der hat nicht mehr so viel Bahn, der da war raus. Lass mich zu gehen, ja. Wir können doch einen Herald nehmen, oder? Können wir nicht Herald nehmen? Ja. Würde die denn machen, ja. Tristan und Platze, 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 Platze. Ja. Wir können jetzt Zeit machen, oder? Tristan, die haben keine Vision. Tristan, die haben keine Vision. Ja, hier echt? Okay. Keine Vision. Oh, neu. Was ist mit dem los, Alter? Was ist mit dem los, Alter? Ich gebott. 20 Sekunden für meinen Old. Chantau, wie ist es eigentlich so, wenn Kucha nicht überweist? Ah, gut. Ich sag's mal so. Dann wird er entweder geintet, oder dann passiert sowas. Demorgane, Demorgane, ja. Oh, muss aber aufpassen, dass ich jetzt hier nicht am Herald sterbe, Alter. Nice, halt. Good up. Mit Ding. Wo ist noch Mutti, dann komm ich. Ah, wobei. Könnte aufdauern, ne? Ich hab Old. Du hast Herald, ne, Chantau? Ja, ja, ich weiß. Was ist Missing? Wir können, wir können... Oh, fuck, ich wurde. Decks ist top. Toplan kriegen wir auch so, den brauchen wir nicht erwalten. Ich krieg Free-Post. Äh, deswegen meine ich mitlanm vielleicht. Wir können enemy Blue nehmen. Wir können enemy Blue nehmen. Okay, ich komm. Die sind alle stillen, ey. Die sind alle stillen, ey. Die sind alle still top. Wir können den Blue nehmen, oder? Ja, ja. Botsets. Einfach komplett nennen. Einfach Pash on, einfach Pash on. Ich geh wieder toplan, ich geh wieder toplan, ich geh wieder toplan. Ich geh wieder toplan, ich geh wieder toplan, pass auf. Wir brauchen neue Pinkguards für Nash, Leute. Okay. Wir nehmen... Nach Blue resetten wir alle, okay? Dann holen wir uns Pinkguards und spielen topside für Nash. Ich geh nochmal back und dann... Ich hol mir auch noch ein Pinkguards. Jeder sollte sich hier noch ein Pinkguards einkaufen, Jungs. Ah, ja, 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 ja. Ich hab zwei. Verkauft eure Drohens, und shit. Oh, shit. Okay, ähm. Mein ganzer Jungle ist ab. Sprich, was dagegen, dass ich den jetzt nehm? Ja, kannst du machen. Nimm nicht die Goolems. Nimm... Ja. Raids. Nicht wieder tausend, nicht zugegeben. Ah, ich sollte eigentlich Wettbuff nehmen schon. Ja, ja. Minute zwanzig. Dann fang ich Raptoren an. Und dann geh ich shop. Ja. Raptoren und dann die Leute stehen lassen, eigentlich. Äh, wir haben ja noch einen Herald, den wir benutzen können, ne? Bevor wir vielleicht um Baron spielen. Du kannst ja eigentlich mit Shen und Bot nutzen, maybe? Nein, 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 nein. Wir haben Shen. Den solltest du mit Arie benutzen, weil... Ja, mach gut Arie, mach gut Arie, mach gut Arie. Mach schon. Jack ist top. Wenn wir irgendjemanden Bot sehen, können wir Instant Engage top sein. Wenn ihr irgendein Target seht, einfach reinhört. Ja. Habt ihr Pinkwots mit? Ich kann so einfach, ob ich draufheben kann, meinst du auch mal. Ich bin hier, ich bin hier. Der Ovex-Sendent, gut. Der Ovex-Sendent, richtig gut, ey. Wir sehen noch niemanden Bot. Wir sehen keinen Bot, okay? Ja, es geht nicht alle mit. Wir haben schon ulti, wir haben schon ulti. Der Top ist fein, nice. Wir können Battle machen. Braucht ihr mich? Ich muss erstmal in Ruhe alles vorbereiten, nein? Zum tanken. Wollen wir kurz rein? Ich könnte rein, ich könnte rein. Ich könnte rein, ich könnte rein. Johnny, Johnny, Johnny. Das ist ein Wort, das ist ein Wort, das ist ein Wort. Geh drauf, geht drauf, drauf. Geh da nicht hier oben. Ich hab die hier, ich hab die, ich hab die. Ja, 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 Flasher, Flasher. Xerad, kein Plan, Xerad, kein Plan. Kannst du es lernen, kannst du es lernen? Warte, eine Mitte, eine Mitte, dann können wir barren. Ich kann auch Barren einfach in Mitte stellen und wir gehen Barren einfach. Ich glaube, wir sollen Barren gehen. Ja, ich kann Mitte, ich kann Mitte coveren. Ich muss das schon, dann move ich zu euch, okay? Der hat alte TPR, hat alte TPR? Jax, ja, aber ist egal. Ja, der kann ja auch TPR. Ja, der hat eigentlich zu viel Poke, ich glaube, der hat zu viel Poke. Ich move, ich move. Mit Nidalee auch. Warte, turn, 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 turn. Warte, turn, 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 turn. Da kriegen wir noch einen Kill. Are you ready? Fünf Sekunden. Jetzt drauf, jetzt können wir noch. Ah, die läuft noch. Ich hab keine Ulti, so. Nice. Jetzt kommen wir nisch, jetzt kommen nisch. Ja, lass den Mord einfach. Alter, was für ein Damage, man? Wir brauchen, reward nicht. Reward nicht. Nee, 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 nee. Oh, Alter, ich hab gar keine Rüstung. Ich attack, ich attack. Okay. Wir haben keinen Smite, okay? Ich hab Smite, ich hab Smite. Hey, ich hab 100%, Junge. Kann man bei 1200 Burst? Okay, und Burst. 100. Wir gehen für Pyrex, okay? Ich geh top. Ich brauch 100 Gold. Bitte. Ich hätte vorher das Team wechseln sollen. Ich muss mein Heward gleich benutzen, ne? Ja, 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 ja. Benutzt den Pop-Night, muss ich sagen. Benutzt den Pop-Night. Oder warte, nee, Top-Night, Top-Night wegen dem Dragon. Ja, 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 ja. Top-Night wegen dem Dragon, my bad. Nein, benutzt den irgendwo, ist egal. Ne, Top-Night, Top-Night, was dann Top-Night. Das wär's. Benutzt den irgendwo. Ich hab den P. Jetzt können wir nämlich den Free Dragon. Wir dürfen den Dragon eigentlich nicht verlieren. Ich hab eigentlich nicht. Das kann doch ab. Gerade gespawnt. My bad. Hier wird nicht sein sollen. Nope. Ja, wir haben so viel Brush mit den Minions. Muss nicht top sein. Alter, im Chat sind so die Alu-Hüter auf, ey. Diskutieren, ob No-Way dabei ist. Hier, hier. Ah, hier Contester geht weiter. Tristan hat Ulti wieder. Raus Top-Night, Raus Top-Night. Raus Top-Night, Raus Top-Night. Rein da, rein da, rein da. Okay. Ich geh top. Free Drake. Volt 50, ihr habt die P. Hattet halt. Hattet keine Vision. Doch, hier. Kann wir die Bot-Draft benutzen? Hier ist ne Wash. Ich kann Kamm mitzudraben. Wir benutzen Bot-Draft. Ja, ich kann Top-Night mitcovern. 40 Sekunden. Top-Night's Harald gerade. Ich glaub, die trappen da. Ich glaub, die trappen da. Hier ist Moogang, leider. For what? Ohoho! Habt ihr nie geliegt? Hä? Timo, mein Badal hat dann nicht mehr. Alter, trittst halt. Ich hab noch hier. Alles gut, alles gut. Alles? Der ist tot, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Wir haben auch ne Mid-Wave. Ja, der ist tot. Ja, der ist tot. Hast du Harald noch Up? Nee, nee. Er hat Top-Night gespielt. Das wär's jetzt, Alter. So lasst noch fighten auf der Top-Night. So lasst noch fighten auf der Top-Night. So lasst noch fighten auf der Top-Night. Geht den Harald. Geht mit der, geht mit der. Ich pasche da Top. Ich kann finischen, oder? Ich darf wirklich noch finischen, aber ja. Ich kann ab. Da nach Rotieren. Ja. Darum. Der ist Tristan. Ja, aber du kannst noch mitgehen, oder? Der ist Tristan. Ich hab Gold. Okay. Wollt ihr einen? Hohohoho. Geh nächste Runde Masse, oder? Rein da. Rein da. Rein da. Los. So, das war Part 1, Freunde, verpasst die nächste bloß nicht und schaut bei den anderen vorbei, sind alle verlinkt.